Searching for Sugarman, machte ihn weltberühmt. SIXTO Rodríguez, 81, ist tot. Detroit, USA, der vor allem aus dem Oscar-Preis gekrönten Dokumentarfilm, Searching for Sugarman, bekannte US-Volksänger Sixto Rodríguez ist tot. Rodríguez sei am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, hieß es am Mittwoch auf seiner Webseite. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Anfang des Jahres hatte der Vater dreier Töchter nach Angaben seiner Webseite einen Schlaganfall und musste operiert werden. Was für traurige Nachrichten, kommentierte Simon Chin, der Searching for Sugarman produziert hatte. Er war eine wahre Legende und es war eine Ehre, ihn zu kennen. Was für ein Privileg, in der Lage gewesen zu sein, seine unglaubliche Geschichte mit der Welt zu teilen. Ruhe in Frieden, Rodríguez, deine Musik wird für immer leben. Die von Chin erwähnte, unglaubliche, und deshalb später auch verfilmte Geschichte erzählt von einem Musiker, der sich nach zunächst erfolgloser Karriere jahrelang mit kleineren Jobs durchs Leben schlug, bis seine Tochter zufällig im Internet las, dass die Hits ihres Vaters am anderen Ende der Welt Kultstatus erreicht hatten. Seine Musik wurde zum Kult. Rodríguez war 1942 in Detroit als Sohn mexikanischer Einwanderer geboren. Schon als Kind fing er mit Musik an und bekam nach der Schule erste kleine Auftritte. Nebenbei arbeitete er in der Autoproduktion. Mitte der 60er Jahre entdeckten ihn Produzenten und zwei Alben entstanden, Cold Fact und Coming from Reality. Der Erfolg blieb allerdings aus und das Label ließ Rodríguez wieder fallen. Der Musiker zog sich ins Privatleben zurück und hielt sich mit Jobs unter anderem auf dem Bau über Wasser. Währenddessen wurde seine Musik in einigen Ländern zum Kult, unter anderem in Australien, wo er Ende der 70er und Anfang der 80er sogar tourte. Vor allem aber in Südafrika wurde er zum Star. Songs wie Sugarman, I Wonder und Climb up on my Music wurden dort Klassiker. Viele junge Menschen sahen darin ihren Protest gegen das Apartheid-Regime gespiegelt. Eine Doku machte ihn schließlich auch weltweit bekannt. Rodríguez selbst bekam davon eigenen Angaben zufolge lange überhaupt nichts mit, bis seine älteste Tochter Ende der 90er Jahre im damals noch nicht so weit verbreiteten Internet davon las. Daraufhin ging Rodríguez in Südafrika auf Tour und später auch in anderen Ländern weltweit. Daraufhin ging Rodríguez in Südafrika auf Tour und später auch in Südafrika auf Tour und später auch in Südafrika auf Tour und später auch in Südafrika auf Tour. Daraufhin ging am besten. Vielen Dank.